Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einige von euch eine sogenannte Gedanken-Auffrischung brauchen. Man muss mal eure Köpfe mal ein bisschen besser einsortieren, damit ihr versteht, auf was ihr euch überhaupt einlässt. Es gibt Spieler, sie kommen bei mir in die Kuppe rein, spielen ein paar Mal, weil sie nicht treffen, gehen wieder raus und versuchen das alleine. Als würde man alleine diese ganzen Kombinationen alleine bewältigen können. Das funktioniert nicht, liebe Freunde. Und damit schönen guten Tag, einen wunderschönen Pfingstmontag wünsche ich euch allen. Lasst euch gut gehen, heute ist ein Feiertag, also schön mal runterschalten. Wie haben wir die Gewinnchancen? In alle Gewinnklassen. Gewinnklasse 9, 1 zu 76, Gewinnklasse 8, 1 zu 63. Um 3er mit Superzahl zu erwischen, stehen die Chancen bei 1 zu 567. Für 4er, 1 zu 1047, 4er mit Superzahl 10.324 zu 1. Dann wiederum 60.223 für einen Fünfer. Fünfer mit Superzahl, fast halbe Million. Für einen Sechser, fast 15 Millionen. Und für einen Sechser mit Superzahl 139,8 Millionen. Gewinnlinien. Wenn ich sage Chancen, dann meine ich damit auch Linien. Also ihr müsst so und so viele Linien spielen, um zumindest hier einmal zu treffen. Um euch das Ganze veranschaulicher zu machen, habe ich hier einfach mal hinter die Chancen ein Eurozeichen gesetzt. Okay? Wir haben hier die Gewinnauszahlungen vom 27.05.2020. Das war ja vor gerade mal einer Woche. Ich zeige euch das mal. Wir haben heute Montag der Erste. Ich gebe mal hoch, das war diese hier. Das hier war die Samstagziehung. Und wir haben dann dementsprechend am 3. die Mittwochziehung nochmal. Schaut euch mal bitte die Gewinnauszahlungen an. Sie sind hervorragend und sehr, sehr gut ausbezahlt. Wenn die Chancen bei 1 zu 76 stehen, dann muss doch wenigstens für die Gewinnklasse 9, für 2er mit Superzahl 76 Euro auch geben. Was gibt es dafür? Nur 5 Euro. Wir gehen weiter hoch. Für die Gewinnklasse 8, um einen 3er zu erwischen, stehen die Chancen bei 1 zu 63 Euro. Was bekommt man? 11,70 Euro. Versteht ihr, was hier los ist? Ich meine, ich kann diese Tabelle noch weiter fortsetzen. Egal, ob ihr alleine oder mit mir in der Gruppe zusammenspielt. Das Spiel ist ein mathematischer Betrug. Wie oft soll ich das noch sagen, damit ihr es versteht? Nur alleine habt ihr kaum Chancen, das Ganze zu bewältigen. Wer Lotto spielt, muss verstehen, auf was er sich einlässt. Alles, was unter Gewinnklasse 6 ist, ist sowieso Betrug und Beschiss. Es muss doch jeden einleuchten. Man muss das ganze Leben sich auf etwas einlassen, obwohl man weiß, dass man verlieren wird. Und zwar dauerhaft. Deswegen muss man die Einsätze klein halten, mit der Hoffnung, irgendwann mal hier oben was zu treffen. Nur hier oben. Hier oben spielt die Musik. Hier unten ist alles Schwachsinn. Es macht also keinen Sinn, Gruppen zu wechseln, bei Lotterien einzusteigen, bei da und da und hier mal zu spielen. Das macht alles gar keinen Sinn. Ihr werdet um diesen mathematischen Betrug nicht herumkommen. Bis das Glück euch einfach mal hier nach oben zulässt und ihr gewinnt einfach mal was Größeres. Also bitte nicht enttäuscht sein. Wer keinen Bock drauf hat, einfach die Finger davon lassen. Alles Gute und bis zum nächsten Video.